Ich bin der, der auf dem Hügel wohnt. Umgeben von Nebelfeldern am Morgen bin ich bereit für den Tag. Ich bin der, der jeden Tag 2200 Menschen die Arbeitsplätze sichert. Ich bin der, der über 26 Unternehmen einen Standort bietet. Ich bin der, dem Sicherheit ein hohes Gut ist, sei es für die Mitarbeiter oder die umgebenen Anwohner. Der eine eigene Werksfeuerwehr besitzt. Der diverse Produkte für die weiterverarbeitende Industrie herstellt. Der aus zwei miteinander verbundenen Teilen besteht. Der der jungen Generation eine Perspektive bietet, mit einer Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten. Der ein Rohrleitungsnetz von über 138 Kilometern besitzt. Für sauberes Wasser in der eigenen Kläranlage sorgt. Auf dem der Container Terminal ein wichtiger Bestandteil der Logistik ist. Mit einem eigenen Bahnverkehrsnetz. Der zahlreiche Vereine und Organisationen sponsort. Der, der die Region mit in die Zukunft führt. Und der abends hoch über der Stadt in weiter Ferne in der Abendsonne leuchtet. Ich bin der Chemiepark Knapsack. Und das bereits seit über 100 Jahren. Und das bereits seit über 100 Jahren.